Hallo zusammen und Willkommen zu meinem Monatsupdate August 2022 Und ich bin hier eben durch die Wohnung gegangen Und habe mein Update gesucht Und es ist so, dass ich immer noch gucke Es sieht nämlich extrem wenig aus Aber es wird wirklich alles gewesen sein Naja, dann ist es eben so Ja, es ist echt nicht viel geworden Aber voran schon mal Ihr werdet morgen am ersten Ist das der erste? Ja Morgen, den Donnerstag Das dürfte der erste sein Ich bin voll nebrikab Werdet ihr trotzdem ein Video sehen Und zwar Vielen lieben Dank An den Christian Kramp Vielen, vielen Dank Der hat mir nämlich Zwei Mystery Pakete geschickt Einmal das hier Und dann kommt noch eins Ja Wenn ihr das seht Wird es schon da sein Und zwar Er wollte mir schon vor langer, langer Zeit Mal ein Mystery Paket schicken Das er damals auch getan hat Christian, liebe Grüße gehen raus Und jetzt hat er gesagt Nein, nein Es ist jetzt soweit Ich muss Ich muss Und zwar Ja Zwei Mystery Pakete Und er hat gesagt Timo Such dir da was aus Und den Rest Der dir nicht gefällt Nimm den mit nach Neuss Ja Und das werde ich natürlich tun Ich werde mir herauspicken Was mir so zusagt Und den Rest Der kommt alles mit nach Neuss Und das wird halt nicht hier jetzt In dem Monatsupdate erscheinen Und auch nicht im Monatsupdate Nächsten Monat Das wird hier alles Das seht ihr dann nur in diesem Video Gell Ja Und Neuss Neuss rückt näher Am Samstag und am Sonntag Ja Den dritten und vierten Zweite und dritte Dritte und vierte Ja September Ist in Neuss Die Film Die zehnjährige Jubiläums Filmbörse Ja Punkt Nochmal Aus Ist ja unglaublich Der Timo Gell Am dritten und vierten September Ist Findet die Zehnjährige Jubiläums Filmbörse In Neuss Stadt Und wir Fucking Freaks Sind natürlich auch dabei Gell Und wir verkaufen dort Filme Ja Von DVD Blu-ray Mediabooks Steelbooks Äh Mystery Tüten Haben wir sogar für euch Ja Für Alles für Alles für Unschlagbare Preise Ja DVD Blu-ray Für einen Euro Und ja Steelbook Mediabook Und außergewöhnliche Sachen Ähm Natürlich Das sind Andere Preise Aber Die werdet ihr Nirgends Günstiger bekommen Ja Und das geht Alles Zu Zu Einen guten Zweck Ja Das ist alles Für einen guten Zweck Und zwar Für das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße In Köln Ja 100% Geht der ganze Erlös Dorthin Und ähm Deshalb Kommt vorbei Ja Und ähm Kauft Unsere Filme Und wenn euch Kein Film dort gefällt Wenn ihr sagt Ach ihr habt da nur Rotz rumliegen Äh Könnt ihr uns trotzdem Ähm Unser Movie Picker Hat da so kleine Boxen Geld Da könnt ihr trotzdem Ein paar Euro Reinschmeißen Äh Geht alles Zu Gute Der Kinder Ja Super Sache Und hier auch Mit tatkräftiger Unterstützung Der Filmbörse Neues Vor allem Ja Hm Das muss man erwähnen Ja Ich denke nämlich Ohne Ohne Die Wäre das so Ne Wäre das wahrscheinlich So nicht Machbar Gewesen Gell Gell Also Hier an die Veranstalter Der Filmbörse Neues Vielen Vielen Dank Dass ihr da Uns so tatkräftig Unterstützt habt Gell Ja Hartboxen Da irgendwie Angeboten hat Hatte ich mir Ja Rosa Venezia Hier in dieser Riesigen Hartbox Gekauft Gekauft Ausgesucht Und Ja Das da hinten Zeige ich Jetzt nicht Ein Haufen Ein Haufen Nippel Ja Aber die Werde ich Euch Auf jeden Fall Nochmal Vorstellen Und Ja Es ist ein Riesenteil Der Film Soll ja Gar nicht So gut Sein Der soll Sogar Schrott Sein Aber Ich habe Tatsächlich Noch Nicht Gesehen Und Ja Werde mir Da selber Mal Ein Bild Machen Obwohl Ich Mir Halt Schon Vorstellen Kann Weil Hier Ja Mehrere Fassungen Drauf Sind Hier Ist Die Full Uncut Export Version Drauf Mit 155 Minuten Die Werde Ich Mir Also Auf jeden Fall Erstmal Nicht Antun Dann Ist Hier Porno A Venezia Drauf Die Hardcore Version Für Den Deutschen Verkaufsmarkt Die Dauert Nur 61 Minuten Das Ist Full Screen 16 Millimeter Version No Speak Okay Und Dann Was Haben Wir Hier Noch Was Nicht Vier Fassung Weiß Nicht Auf Jeden Fall Haben Wir Hier Noch Die German Jalo Version Ja Das Ist Die Soft 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 Erotik Soft Porno Version Die Dauert 107 Minuten Und Die Werde Ich Mir Auf Jeden Fall Angucken Weil Ich Hab Immer Wieder Gemerkt So Das Hardcore Szenen Eigentlich Bin ich Ein Fan Davon Wenn Man Dann In Harten Film Dann Auch Alles Sieht Geld Aber Das Wird Die Filme Die Ich Gesehen Hab Da Wurde Das Nicht So Gut Umgesetzt So Zum Beispiel Wie In Gatterballs Ja Da Ist Das Über Nicht Gut Umgesetzt Wurden Oder In Porno Holocaust War Auch Nicht Meins Ja Und Deshalb Denke Ich Dass Das Hier Auch Nicht So Meins Ist Und Deshalb Gucke Ich Mir Die Jallo Version An Diese Soft Core Soft Soft Erotik Variante Und Dann Packe Ich Das Ding Für Euch Auch Aus Und Dann Gucken Was An Und Dann Hör Er Auch Meine Meinung Dazu Dann Hat Er Mir eingepackt Black Out The Black Out Ein Russischer Film Russische Antwort Auf Blade Runner 20 49 Und Resident Evil 154 Minuten Das Ganze Wollte Ich Auch Schon Öfter Mal Sehen Ich Habe Da Mal Trailer Gesehen Der War Gar Nicht Mal So Schlecht David Danke Dafür Und Ach Da Hinten Hat Er Mir Noch Eine Neger Figur Reingelegt Vom Wie Heißt Das Vieh Schon Witter Vom V Ja Ich Will Nämlich Immer Der Pagelman Will Ich Immer Sagen Aber Das Ist Der Ja Gar Nett Aber Muss Auch Sagen Schönes Ding Findet Auf Jeden Fall Platz Danke David Dafür So Dann Was Gehen Wir Jetzt Durch Wir Gehen Die Media Books Durch Und Dann Die Emorays Denn Die Media Books Werdet Ihr Alle Schon Irgendwie Mal Gesehen Haben Und Zwar Haben Wir Hier Sinbad Herr Der Sieben Meere Schöner Film Schöner Film Hier Von Wicked Vision Das Ganze Und Ein Haufen Bonus Zeug Was Da Alles Noch Dabei War Richtig Richtig Gut Sehr Schöner Film Dann Haben Wir Hier Von Cape Light Ist Das Von Cape Light Ja Genau War Von Cape Light Und Zwar Phase 4 Der Ameisen Horror Film Naja Horror Mehr Oder Weniger Aber Es Ist Schon Ein Kleiner Tier Horror Film Mit Ameisen Ja Und Nicht Mit Riesen Ameisen Sondern Wirklich Mit Ameisen Ja Auch Ein Schönes Film Hat Mir Auch Gut Gefallen So Dann Haben Wir Hier Berserker The Nordic Curse Da Sind Wir Jetzt Alle Möglichen B C Und D Varianten Raus Gekommen Nee Die Kommen Glaube Ich Noch Geld Und Ich Hab Hier Die Cover Variante Reicht Völlig Bild Ist Schön Und Alles Und Film Hat Mir Auch Gefallen Also Und Das Für 12 Euro Noch Nicht Mal 12 Euro Super Kurs Schönes Teil Naja Bis Auf Naja Das Mediabook Selbst Ist Halt So Also Der Buch Anteil Ist Halt Wirklich Nur Das Notwendigste Ja Und Dann Ein Film Den Ich Jetzt Äh Endlich In Der Sammlung The Monkeys Oder Die Monkeys Sex Monster Aus Dem Teil Ja Ähm Dass Der Noch Doch Mit Der Hat Ja Der War Ja Damals Schon Trash Der War Ja Damals Schon Gar Nicht So Gut Gemacht Ja Aber Dass Der Über Die Jahre Trotzdem Nichts An Witz Und An Allem Verloren Hat Ja Dass Die Effekte Die Sind Halt Alle Handmade Ja Und Dadurch Ist Er Halt Auch So Gut Gealtert Ja Ähm Der Sieht Immer Noch So Aus Wie Damals Immer Noch Nicht Überragend Aber Er Macht Genau Deswegen Spaß Ja Schönes Teil Wenn Ihr Davon Noch Nie Was Gehört Habt Ja Geht In Die Richtung Gremlins Ja Eher So In Gremlins Richtung Ähm Schönes Teil Schönes Teil Wenn Ihr Davon Noch Nie Gehört Habt Guck Da Mal Rein Und Ähm Ja Vielleicht Kommt Ja Auch Mal Eine Emery Ja Wär Toll Damit Der Film Dass Viele Den Film Noch Erleben Können Gell Genau So Was Haben Wir Dann Dann Hab Ich Mir Gekauft Jackie Die Mörderpuppe Oder war Der Letzten Monat Schon Ich Weiß Es Garnet Gek Trotzdem Chucky Die Mörderpuppe Äh Ja Genau Hier Hinten Das Ist Nicht Der Aktuelle Chucky Der Hier In Film Vorkommt Ich Ich Glaub Den Ich Glaub Den Film Habe Ich Sogar Letzten Monat Schon Vorgestellt Gell Ich Weiß Es Aber Nicht Nach Langer Zeit Mal Wieder Gesehen Ja Habe Ich Lange Zeit Nicht Gesehen Ghabt Weil Ich Den Nie So Gut Fande Den Er Und Ich Bin Ja Fan Vom Zweiten Und Vom Dritten Ja Aber Jetzt Nach Lange Zeit Mal Wieder Gesehen Und Doch Er War Gut Er War Gut Dann Habe Ich Mir Auch Geholt Friedhof Der Kuscheltiere 2 Endlich Auf Blu-ray Ja Ist Noch Original Verpackt Deshalb Kann Ich Da Auch Noch Nichts Drüber Sagen Über Bild Oder So Was Den Film Habe Ich Auf DVD Sogar Auch Noch Da Genau Oh Oh Jetzt Fehlt Mir Fehlt Ein Film Habe Ich Den Schon Einsortiert Tatsächlich Ich Habe Schon Einsortiert Gehabt Denn Da Werdet Ihr Auch Noch Ein Video Zubekommen Und Zwar Danke Patrick Danke An Den Film Angler Dass Er Mir Den Empfohlen Hat The Killing Of A Sacred Deer Ja Sehr Schönes Filmchen Hat Mir Super Gefallen Aber Genaueres Kriegt Ihr Noch In einem Extra Video So Dann Habe Ich Mir Gekauft Eine Empfehlung Von Dave Dave Movie Place Uthoya 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 Ja Der Timo Hat Auch Keine Ahnung Wo War Denn Das Warte Das Steht Aber Hier Auch Ne Norwegen Da Wo Der Herr Breivik Breivik Ich Weiß Genau Wie Der Heißt Auf Die Insel Uthoya Ist In Norwegen Und Ein Camp Voller Kinder War Das So Ein Ferien Camp Glaube Ich Wo Der Darum Gelaufen Ist Und Da Alle Erschossen Hat Ja Oder Fast Alle Wenigstens Ich Weiß Es Auch Nicht Und Darum Geht Es Aber In Drama Also Ohne Action Mal Gucken Und Hier Auch Das War Glaube Ich Auch Vom Ich Glaube Auch Vom Angler Eine Empfehlung Ich Weiß Es Gar Nicht Mehr Anonymous Animals Ja Und Hier Soll Es Wohl Drum Gehen Dass Hier Die Rollen Vertauscht Werden Zwischen Den Menschen Und Den Tieren Ja Also Wie Man Hier Schon Sieht Hier Ist Ein Hirsch Mit Gewehr Der Hirsch Jagd Schweine Schlachten Die Sachen Geld Alles Also Wie Ihr Seht Real Nicht Irgendwie Animiert Oder Sonst Was Geld Keine Sprache Steht Auf Hier Hinten Drauf Sprachen Ohne Dialoge Und 64 Minuten Dauert Das Ganze Ich Bin Mal Gespannt Trotz 18er Soll Er Doch Keine Drastische Gewalt Haben Aber Mal Abwarten Geld Und Jetzt Kommen Wir Auch Schon Zum Schluss Ja Das Letzte Und Zwar Hatte Amazon Ein Angebot Die Haben Sie In Letzter Zeit Öfters Bloß Ich War Immer Zu Langsam Dass Die Mal Einen Blu Ray Für 3 Euro 4 Euro Oder 5 Euro Oder So Was Einfach Mal Drin Haben Und Ich Weiß Gar Nicht Ich Glaube Den Hatten 3 Euro 50 Da Drin Immer Nur Für Kurze Zeit Ja Und Da War Ich Rechtzeitig Dabei Und Da Konnte Ich Mir Das Ding Für 3 Euro 50 Ich Glaube 3 50 War Wenn Es Anders Da War Korrigiert Mich Aber Ich Glaube Es Waren 3 50 Ist Ja Auch Jetzt Egal Und zwar John Carpenters Vampire Hier Auch Extra An Der Ist Hier Gestuft Worn John Carpenters Vampire Und Da Habe Ich Den Auch Mal In Der Sammlung Habe Ich Noch Nie In Der Sammlung Gehabt Denn Ich Muss Sagen Ich Habe Den Damals Von Der Videothek Aus Geliehen Hab Fand Den Ganz Gut Ja Und Dann Habe Ich Glaub Ich Noch Zwei Oder Dreimal Mit Freunden Guckt Und Dann Wurde Er Immer Schlechter Ja Immer Noch Gut Aber Nicht So Gut Dass Ich Mitten Kaufen Musste Ja Und Jetzt War Der So Günstig Da Und Jetzt Ist Es Auch Schon Lange Lange Her Ja Das Letzte Mal Wirklich In Der Videothek Ich War Das Ewig Her Und Das War Zur VÖ Das War Dann Zur VÖ Das Ist Jetzt Auch Bestimmt Ich Weiß Es Nicht Steht Das Da 98 Der Film Von 98 Ist Ja Über 20 Jahr Schon Her Der Wird Schon So Alt Ja Und Nach Über 20 Jahren Kann Man Sich Den Film Mal Angucken Oder Es Ist Unglaublich Es Ist Als Habe Ich Aber Öfter Bei So Filmen Als Wäre Es Gestern gewesen Und Die Sind Schon So Alt Also Hier Zum Beispiel Scream Scream Ich Kann Mich Noch Genau Erinnern Das Ist So Für Mich Ein Neuer Film Scream Ist Für Mich Keine Alte Gurke Oder Sonst Irgendwas Wo Man Sagt Boah Der Ist Schon So Alt Es Ist Für Mich Als Wäre Der Gestern Rausgekommen Ja Aber Da War Ich Noch Nicht Mal 18 Ich War Noch Nicht Mal 18 Als Ich Dem Damals Eine Videothek Ausgeliehen Hab Unglaublich Dass Das Alles Schon So Lange Her Ist Und Das Habe Ich Bei Vielen Filmen So Wo Ich Einfach Hier Hier Oben Seht Ihr Das Ja Hier Der Soldat James Ryan Stehen Das Ist Für Mich Eigentlich Auch Gar Kein Alter Film Ja So Alt Ist Der Gar Nicht Aber Doch Es Sind Schon Über 20 Geht Schon An Die 25 Ja Boah Man Selbst Wird Richtig Alt Es Unglaublich Da Sind So Viele Filme Ja Wo Ich Mir Sag So Alt Ist Der Film Gar Nicht Aber Wo Schon Ewig Alt Ist Brave Da Unten Sehe Auch Gerade 5 Brave Hat Ist Von 95 Glaube Ich Da Merkt Man Erst Mal Wie Alt Man Wird Avatar Da Muss Jetzt Am Ne Steht Das Hier Drauf Ich Hab Das Gar Nicht Im Kopf Avatar Von 2000 Kann Das Sein Ich Sehe Das Ganz Schlecht 2009 Echt Trotzdem Avatar Ist Für Mich So Was Richtig Neues Was Aktuell Wie Ihr Da Draußen Ich Hab Jeden Tag Mit Filmen Zu Tun Ich Informiere Mich Ich Mach Ich Tue Und Gucke Und Sammel Und Aber Ich Persönlich Hinke Immer noch Komplett Hinterher Vielleicht Weil Man Sich Auch Gar Nicht In Die Aktuelle Zeit Irgendwie Man Möchte Gar Nicht Hier Sein Ja Was Da Draußen Betrifft Und Aber Auch Was Film Technisch Angeht Denn Gutes Kommt Halt Nicht Mehr Also Wenn Wir Wirklich Im Jahr Zwei Drei Gute Filme Kriegen Da Können Wir Schon Froh Sein Ja Das Ist So Meine Meinung Ja Ich Kann Ich Kann Gar Keine Drei Filme Aufzählen Die Dieses Jahr Gut Waren Also Das War Mein Monats Update Ich Will Es Gar Nicht Weiter Hinauszögern Sonst Wird Es Noch Timo Babbelt Geld Was Habt Ihr Den Monat In Die Sammlung Bekommen Was Sagt Ihr Zu Meinem Update Media Books Werd Immer Mehr In Letzter Zeit Ich Weiß Auch Nicht Wenn Er Hier Guckt Das Wird Auch Da So Noch Ein Paar Media Books Das Wird Das Hier Ist Ja Schon Voll Ich Muss Hier Mal Da Habe Ich Auch Eins Da Fange Ich Auch Schon An Es Geht Irgendwie Obwohl Ich Gar Keine Media Books Sammle Wird Immer Mehr Naja Egal Schön Also Danke Dass Ihr Dabei Wart Haut Mal Unten Die Kommentare Was Ihr Dazu Sagt Zu meinem Update Und Was Habt Ihr Euch In Die Sammlung Geholt Und Kommt Auf Jeden Fall Nach Neues Wenn Euch Wenn Es Euch Natürlich Möglich Ist Ja Auch Für Mich Ist Es Nicht Weil Ist Ist Es Nicht Nah Ja Für Mich Ist Es Auch Weit Ich Fahre Auch Ja Um Die Zweieinhalb Stunden Fahre Ich Schon Gell Aber Für Manche Wären Zweieinhalb Stunden Ja Gar Nichts Geld Deshalb Wir Werden Ein Schönes Schönes Video Machen Von Unsem Stand Mal Gucken Wie Weit Wir Auf Der Filmbörse Direkt Drehen Können Geld Aber Wir Werden Euch Da Ein Schönes Video Zusammenschnippeln Ja Wir Freaks Und Damit Ihr Einen Kleinen Eindruck Bekommt Wie Es Dort War Damit Ihr Auch Irgendwie Mal Dabei Sein Könnt Mit Uns Gell Ja Ansonsten Wer nicht Dabei Sein Kann Schade 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 Aber Es Wird Ja Nicht Die Letzte Filmbörse Sein Und Wir Freaks Wir Werden Auch Noch Weiter Auf Anderen Filmbörsen Sein Nicht Nur In Neues Geld Man Wird Sich Irgendwann Mal Treffen Und Für Alle Die Dabei Sind Bis Samstag Sonntag Sonntag Weiß Ich Noch Nicht Aber Samstag Bin Ich Auf Jeden Fall Da Und Ja Also Nochmal Dankeschön Und Bis Zum Nächsten Mal Tschüss Macht's Gut Euer Timo Shout To have To be большой �� Pe eder